Jadihallo, hier ist euer Darstepfem zur Mittwochs-Folge Let's Play Minecraft. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch, Mittwochabend. BZW-Wochenteiler und viel Spaß mit dieser Folge, wie immer. Und wir machen auch gleich mal weiter. Kragen uns mal hier um das Wasser um. Und ich direkt durchrenne ein bisschen das Wasser. Da kann ich mich einfach mal hier entlang. So, wo bin ich jetzt? Sieht gut aus. Einmal drum herum gegraben ins Wasser. Einmal eine Fackel. Und was ist das hier? Einmal ein paar Gebilde, was den Weg rum hängt. Fast von ganz oben kommt das Wasser. Ja, es ist Nacht, jetzt kommen Schafe. Ja, hier ist es ja. Wo ich wollte, komm. Gib mal her. So. Äh. Einmal eine Fackel. Wo geht's denn hinten lang? Ist hier noch was? Nope. Hier ist nichts mehr. Aber mal eine interessante Stelle, wo ich mich nach unten graben könnte. Und wir schauen, ob da eine Höhlung kommt. Also es ist eh Nacht. Kann ich eh um nichts machen. Es ist irgendwie ein Quieberman und ich bring das alles in die Luft. Darauf habe ich keine Lust. Dann grabe ich mich einfach mal. Hier nach unten. Guck mal, ob da was kommt. Einmal eine Fackel. Jetzt seht ihr nichts mehr. Und früher ist halt er gegraben. Der ist halt auch noch eine Höhle. Äh. So, ja. Wollte ich nicht sagen, was ist denn da jetzt? Also ich verpacken brauche ein Open E-Mail. So, schön, jetzt habe ich keine Haufel und habe hier Erde. Zu viel gleich auch noch. So, wo sind wir in der letzten Folge gestiegen blieben? Ach so, bei Live zu viel machen. Da war ich jetzt auch noch ein paar Wörter zu sagen, glaube ich. Die Folge noch mal ein bisschen nutzen dafür. Ja, ähm. Das ist ja eh schon rum, wie ihr die Folgen seht. Wo ich das jetzt erzähle. Dann kommt das Wetter Advent. Aber ich denke mal, ich werde so allen Adventen einen Stream machen. Außer, äh, zum Heiligabend. Ui. Da war ich wahrscheinlich keinem machen. Aber zu Weihnachtsfeiertagen wieder. Und ja. Da hoffe ich natürlich auch, dass viele Zuschauer dabei sind vielleicht. Ich weiß halt nicht. Ist ja Advent. Das kann auch sein, dass da viele unterwegs sind. Bei Freunden und Familie. Aber ich werde das einfach mal machen. Spontan und schauen. Was draus wird. Wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe. Äh, so spontan wie ich bin. Mach ich einfach mal. Und schau einfach mal, was kommt. Ich bin halt so ein Spontanist. Hehe, kann man sagen. Ein Spontanist. Auch ein sehr schönes Wort. Spontanist. Das ist ein Wort. Wo sie selbst lachen. Ich bin nicht Spontanist. Müssen wir das Lied von Falco umbenennen? Nicht? Ich bin nur ein Egoist. Äh, ich bin nur ein Spontanist. Lalalala. Hehehe. Oh man. Ich habe echt kein Raum. Sehr uffällig. Sehr uffällig. Ähm. Dann machen wir mal wieder Sicht hier. Beb, beb, beb. Und alle. Okay. Okay. Logisch wie immer, was das alles ist. So. Hier habe ich schon 100 Gramm. Im Eingangsbereich ist schon alles ebenartig. Ich haue es einfach mal hier runter. Noch ein Stück. Sehr breite. Vielleicht kommt ja hier auch noch was. Jetzt haue es mal meine ganzen Hacken, die ich noch habe. Jetzt auch sehr praktisch. Aber ich habe auch gerade kein Hühngeräusch. Es ist ja auch wahrscheinlich keine Hühle in der Nähe gerade. Ich habe auch gerade ein kleines Skelett und Wasserflätschern. Nämlich jetzt nicht irgendwelche anderen Erinnerungsgeräusche im Spiel enttäuschen. Ich glaube ich langweile euch wieder hier, indem ich hier nur eine Hühle nach unten grabe. Stumpf. Aber naja. Vielleicht findet sich ja was. Da komme ich natürlich auch einfach mal auf Höhe Null puddeln. Und einfach mal schauen, dass ich da vielleicht noch ein bisschen an... Was kommen an Eisen, Erz und Diamanten. Ich habe ja gestern... Ja. Ja, vorgestern. Ich habe das Minecraft auf Xbox gezockt. Und da habe ich mich einfach mal auf... Höhe Null gegraben. Und da habe ich wirklich auf einer großen Fläche, die ich da ausgegraben habe. Weil ich versuchen will eine... Kleinform zu bauen, habe ich insgesamt über 20 Diamanten gefunden. Über 20. Die Höhe Null ist schon perfekt. Aber man hat immer das Problem mit der Lava. Über einen, neben einen. Oder auch unter einen teilweise noch. Das ist schon extrem. Die Lava macht es eigentlich schon ziemlich schwer auf Höhe Null äh... Sie voranzugraben. Weil sie in andere Richtungen kommen kann. Ich werde einfach hier mal... Ich höre Lava. Ich werde mich einfach hier auch mal auf Höhe Null graben. Gucken was da passiert. Vielleicht finde ich ja da noch ein paar Diamanten und schön Eisenerz. Aber es ist ja auch für Null bin. Daraus brauche ich noch ein Stück. Da muss ich schon ziemlich lange graben für. Aber jetzt mache ich das einfach mal nicht. Das stimmt sich nicht in der Folge. Ich hoffe es wird euch nicht zu langweilig. Ich höre Lava immer noch. Irgendwo ist Lava auf jeden Fall. Lava ist gut. Äh... Du natürlich nicht. Nein, nicht da. Boah. Lava läuft dann aber, das ist jetzt nicht so ähnlich. Okay. Pepp. Und da war sie schon. Die Lava ist schon. Mr. Lava Lava Ich gehe noch weiter Und hin, was ich kann sagen Natürlich nicht Gehen wir noch einen nach drüben Oh, what's down? Ich hab mich verwetzt, der und die Sau Das gibt er nicht Geh weg Geh weg Äh, ganz guter Plan Ja, ja, äh Einfach noch unten graben sich drauf stellen ist vielleicht keine gute Idee Da sollte man sich sehr gut überlegen Was dazu tun Woah, sie fühlen uns da Wau Da war natürlich wieder Lava Wie auch, was auch sonst Geh weg So Da ist wieder Lava Ja Ja Ja, ich glaube ich bin schon auf Auf Gutem Pferd, ne Und auf einer guten Höhe inzwischen Mit etwas Wert Auf einer guten Höhe inzwischen Aber ich bin schon mal hier ein bisschen drüber runter Ich denke mal ich bin auch nicht mal weit entfernt von die Höhe Null Ich denke mal das ist nicht mal weit entfernt Das ist äh entsteigt Wir sind auf Höhe Null Ja Eigentlich müsste ich mich Jahr lang gerade haben So Boah, Flurrock Ich hasse es, wenn ich nie es muss ja nicht aufnehmen So So Auf und drüber sein Glück gehabt Wie viel Zeit Ok, wir haben noch Zeit 2-3 Minuten So So Ich lasse mich genauso wie bei Steckbox machen Dann habe ich einfach Ausbreiten in der Tiefe Und graben Weil ich hätte mit bloß noch hantiert Dann noch auf Diamanten oder sowas Das fällt nicht mit dir ab Wir werden auch noch mal ein bisschen in die Höhe gehen Solange uns keine Lava in die Querung kommt Meine Lava wäre hier blöd Das wäre ein schneller Tod Oh, guck mal Nur die paar Meter hier unten gegraben Ja Schon ein Sekt voll Redstone Hoho Geil So, warte mal Hier ist noch viel vor Wer jetzt noch coole ist Noch rumgehe ich auf jeden Paar auch noch Weil das ist auch noch coole schla Frye 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 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 6 Einmal durchgraben, noch mehr Redstone Die Redstone meint das Spiel schonmal gut So, äh, Fackel, Fackel, so Das werde ich dann noch ein bisschen nach oben gehen, vielleicht 1, 2 Und dann treffe ich radiert auf jeden Fall noch auf Jemand, das werde ich mit euch Und jetzt beende ich erstmal mit meiner Folge Ich hoffe, sie hat euch wieder Spaß gemacht Und wir sehen uns am Freitag zur nächsten Folge Let's play Minecraft wieder Wenn es heißt, selbe Stelle, selbe Welle Euer Dost steffen, möge die Macht mit euch sein Meine jungen Pod Vine, ciao mit v Tschüss